Was passiert, wenn man zu lange in diesen unheimlichen Spiegel schaut? Jonas ist gerade mit drei Freunden in eine WG gezogen. Und Jonas war gerade auf einem Flohmarkt und hat sich diesen unheimlich rauchenden, blutverschmierten Spiegel für drei Kartoffeln gegönnt. Doch eine seiner Mitbewohnerinnen merkt sofort, dass mit dem Spiegel irgendwas nicht stimmt und sprüht sich mit einer fetten Ladung Slay Spray ein. Absolut lost, denken sich die anderen Mitbewohner. Und machen sich über sie lustig, indem sie die Braut rufen. Doch das hätte er nicht machen sollen. Die Braut taucht jetzt nämlich auf, ist umgeben von ekligen Fliegen. Und es ist auch schon in der WG drinnen, oh mein Gott! Alle rennen um ihr Leben und finden das plötzlich gar nicht mehr lustig. Vor allem, weil gerade eine zweite Braut aufgetaucht ist. Eine schnetzende Braut reicht voll und ganz. Sie hat übrigens auch ganz viele Raben dabei. Und all unsere Simpsons, all unsere Nachbarn jetzt auf dem Gewissen. Alle außer die Slay Spray Benutzerin.